Servus und grüß euch im Heidi Coaster, ihr Wiesennarischen. Jetzt machen wir euch dann von dem Hintern. Auf geht's und rauf geht's! Jetzt hau's das Döntel und Klederhosen, aber sabbel doch mal! So geht's im Moment mit Ratios! Danke, dass dabei wart ihr Bayern, Preußen und Volksfest wahnsinnig. Super habt's ausgeschaut und deshalb hat die Heidi heute ein Foto für euch. Die Pudel gibt's am Ausgang an der Fotobox. Schön, dass dabei wart's! Die Pudel gibt's am Ausgang an der Fotobox. Die Pudel gibt's am Ausgang an der Fotobox.